Tanzen ist für mich mein natürliches Bedürfnis und jetzt ist es meine Existenz. Das heißt, ohne Tanz kein Takao. Mein Background ist Hip-Hop und ich komme aus der Hip-Hop-Kultur und ich lebe auch die Hip-Hop-Kultur. Aber ich sehe mich trotzdem, ich bin einfach nur Choreograf. Eigentlich bewege ich mich in drei verschiedenen Welten. Das ist die Showbranche, dann hast du die Eigenproduktion. Das ist dann das, was mich persönlich interessiert, was ich auf die Bühne bringen möchte. Und dann die Szene. Und diese drei Sachen sind für mich so drei verschiedene Welten, die aber für mich irgendwie zusammengehören und die ich auch brauche für meine Arbeit. Wir hatten alle eine Vision. Wir wollten halt das, was wir machen, einfach auf die Bühne bringen. Ja, wir haben das Gefühl gehabt, die Form, die wir machen, ist noch nicht anerkannt. Und das war so die Idee, das, was wir machen, auf eine kulturelle Bühne zu bringen. Es ist eine vollwertige Kunstform. Wir können Menschen zusammenbringen. Also wir können Ausländer aus verschiedenen Schichten zusammenbringen, ohne viel Mühe. Das ist so eine natürliche Community, wo das einfach so funktioniert, wo verschiedene Religionen nebeneinander sein können. Und wir haben trotzdem eine sehr hohe Qualität in dem, was wir machen, weil unsere Szene einfach sehr stark immer wächst. Also wir sind auf jeden Fall auch auf einem Level wie die klassischen Tänzer. Also wir haben auf jeden Fall auch diese Qualität. Eine andere Ästhetik, aber wir haben diese Qualität. Und das wird, glaube ich, noch nicht so ganz anerkannt. Ich möchte, dass die Szene größer wird. Ich möchte, dass sich die Szene entwickelt. Es ist für mich ja auch Freude. Und ich gebe denen ja eine Plattform. Und es ist für mich einfach schön, diese Entwicklung auch zu sehen. Und ja, das ist für mich schon auf jeden Fall eine Mission. Es war der damalige Schlüssel für mich, zum Tanz zu kommen. Aber auch Musik ist etwas, was mich emotional immer berührt. Für meine eigene Produktion sehe ich die Musik mehr als einen Soundtrack. Ich mache meine Handlungen zuerst in mein Stück und danach vertone ich sozusagen mein Stück. 98 habe ich angefangen, auch Musik selber zu komponieren. Die Musikstücke an sich haben meistens eine andere Dramaturgie, als vielleicht die ich dann brauche im Tanz. Deswegen war es irgendwann für mich dann sehr wichtig, dass ich die Musik selber manipulieren kann und die Musik halt selber gestalten kann. Meine Zukunftsvision ist wirklich irgendwann mal, Räume zu haben, wie so eine urbane Institution, wo wir die Künstler einfach die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Weiterzuentwickeln. Musik